In Niederösterreich haben wir über 500 Pferdebetriebe, die für Einstellung und Aufzucht der Pferde verantwortlich zeichnet. Sie kümmern sich ganzheitlich um die Pferde, nicht nur um die Aufzucht, sondern auch um Turniere, Sport- und Zuchtprüfungen. Sie kümmern sich auch um die artgerechte Haltung und Fütterung der Tiere und natürlich auch um die Sicherheit direkt in Kontakt zu identifizieren. Dennoch hat die Branche mit einigen Herausforderungen zu kämpfen. Die Pferdebetriebe haben die Corona-Krise eigentlich sehr gut überstanden. Wir wurden von den Maßnahmen nicht zu sehr eingeschränkt und konnten unser Geschäft gut aufrechterhalten. Die derzeitige Teuerung ist jedoch eine große Belastung für viele Betriebe. Die erhöhten Fixkosten, so wie Sprit und Energiekosten sind für viele Betriebe sehr schwer zu stemmen. Arbeiten mit Tieren. Viele Herausforderungen warten, aber es gibt auch sehr, sehr viele schöne Seiten. Täglich beobachten zu dürfen, wie die Pferde glücklich und gesund ihren Tag verbringen, ist der schönste Dank in unserem Job. Wenn dann auch noch die Kunden mit einem Lächeln vom Pferd steigen, dann wissen wir, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Denn bekanntlich liegt das Glück der Erde am Rücken der Pferde. Wir sehen uns beim nächsten Mal.